Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit Aufgaben zu Raum- und Hohlmassen. Die erste Aufgabe lautet, gib das Volumen in der kleineren und der größeren gegebenen Einheit an. Die größere Einheit ist Kubikmeter, die kleinere Einheit ist Kubikdezimeter. Hier seht ihr gleich meinen Lösungsweg. Zuerst wollen wir in Kubikmeter umrechnen. Dazu müssen wir die 27 Kubikdezimeter durch 1000 dividieren, um Kubikmeter zu erhalten. Das bedeutet, dass sich das Komma um drei Stellen nach links verschiebt und wir erhalten 0,027 Kubikmeter als Ergebnis. Nun addieren wir 34,000 habe ich angeschrieben, um keinen Stellenwertfehler zu erhalten. Wir erhalten Kubikmeter mit 0,027 Kubikmeter und wir erhalten 34,027 Kubikmeter als Ergebnis. Um das Ergebnis in Kubikdezimeter ausdrücken zu können, müssen wir die Kubikmeter in Kubikdezimeter umrechnen. Dazu müssen wir mit 1000 multiplizieren. Wir erhalten als Ergebnis 34,027 Kubikmeter als Ergebnis. Nun zur zweiten Aufgabe. Rechne um 245 Liter in Hektoliter, 25,4 Milliliter in Liter, 17 Liter in Milliliter und 76 Milliliter in Hektoliter. 245 Liter sind wie viele Hektoliter? Um von Liter auf Hektoliter umrechnen zu können, müssen wir durch 100 dividieren. 245 durch 100 ist gleich 2,45. Also erhalten wir das Ergebnis 245 Liter sind gleich 2,45 Hektoliter. 25,4 Milliliter sind wie viele Liter? Um von Liter auf Milliliter umrechnen zu können, müssen wir durch 1000 dividieren. 25,4 durch 1000 ist 0,0254. 25,4 Milliliter sind also 0,0254 Liter. 17 Liter sind wie viele Milliliter? Um von Liter auf Milliliter umrechnen zu können, müssen wir mit 1000 multiplizieren. 17 mal 1000 ist gleich 17.000 Milliliter. Also 17 Liter sind gleich 17.000 Milliliter. Zu guter Letzt, 76 Milliliter sind wie viele Hektoliter? Wir wollen zuerst von Milliliter auf Liter umrechnen, dazu müssen wir durch 1000 dividieren. Anschließend wollen wir von Liter auf Hektoliter umrechnen, dazu müssen wir durch 100 dividieren. Als Ergebnis halten wir 0,00076. Insgesamt dividieren wir also durch 100.000. 76 Milliliter sind also 0,00076 Hektoliter. Die dritte Aufgabe. Rechnen die angegebenen Einheit um. 4 Hektoliter in Kubikdezimeter, 0,2 Liter in Kubikmeter, 4 Kubikdezimeter in Hektoliter und 27 Milliliter in Kubikdezimeter. 4 Hektoliter sind wie viele Kubikdezimeter? Wir rechnen zuerst Hektoliter auf Liter um. Dazu müssen wir mit 100 multiplizieren und erhalten 400 Liter als Ergebnis. Wir wissen, 1 Liter ist gleich 1 Kubikdezimeter, daher sind 400 Liter gleich 400 Kubikdezimeter, also können wir sagen, dass 4 Hektoliter 400 Kubikdezimeter sind. 0,2 Liter sind wie viele Kubikmeter? Wir rechnen Liter auf Kubikdezimeter um. Wir wissen aber, dass 1 Liter gleich 1 Kubikdezimeter ist, daher sind 0,2 Liter 0,2 Kubikdezimeter. Um von Kubikdezimeter auf Kubikmeter umrechnen zu können, müssen wir durch 1000 dividieren und erhalten als Ergebnis 0,0002 Kubikmeter. 0,2 Liter sind also 0,0002 Kubikmeter. 4 Kubikdezimeter sind wie viele Hektoliter? 4 Kubikdezimeter sind 4 Liter. Um von Liter auf Hektoliter umrechnen zu können, müssen wir durch 100 dividieren. 4 Kubikdezimeter sind also 0,04 Hektoliter. Zum Abschluss, 27 Milliliter sind wie viele Kubikdezimeter? Wir rechnen, also 27 Milliliter sind gleich 27 Kubikzentimeter, dadurch, dass 1 Kubikzentimeter gleich 1 Milliliter ist, anschließend rechnen wir die Kubikzentimeter in Kubikdezimeter um. Dazu müssen wir durch 1000 dividieren und erhalten als Ergebnis, 27 Milliliter sind gleich 0,027 Kubikdezimeter. Im letzten Video findet ihr etwas kniffligere Übungsaufgaben für euch zum selber lösen. Viel Spaß dabei!